die waren schon richtig hart warum habe ich auf einmal volles sand bekommen habe gesehen man könnte sogar mit adobe aufholen so hatte ich es auch vor denn so weiß ich auch wie lange das video ist genau so sieht man auch wie das wie weit das video gehen wird oder wie lange in etwa das video aber was meinst du habe gesehen man könnte sogar mit adobe aufholen was meinst du damit das habe ich jetzt nicht ganz verstanden immer noch 33 prozent das kann doch gar nicht sein gut beim nächsten mal fangen wir hier speichert der überhaupt stand eine stunde noch was der speicherstand kaputt vielleicht das muss ich jetzt noch mal überprüfen das muss ich da noch mal reingehen na ton ja aber das verstehe ich trotzdem nicht du kannst in adobe auch ton aufnehmen ja klar du kannst auch auf mikrofon drücken dort und dann kannst du dort auch den ton aufnehmen finde ich aber nicht in ordnung weil ich finde über audi city wo ich das immer aufnehme also ich nehme mir bei audi oder city auf das ist ja ein kostenloses programm doch 43 prozent siehst du gut mit dem nehme ich immer besser auf weil da ist der ton ein bisschen besser also bei adobe ist der ton auch okay finde ich aber es macht sich immer blöd weil ich habe ja immer die kopfhörer drin ja und wenn ich in adobe und ton aufnehmen dann höre ich auch immer den sound und die musik und das alles und das lenkt mich immer ab im sprechen darum nehme ich das immer über order city auf mein ton weil es mich halt immer ablenkt wenn ich irgendwie musik oder ein anderes gequatschen mache deswegen mache ich das immer separat mit order city aber das kann ja auch jeder machen wie er möchte das war so klar wieder eine tafel der soldaten ja ach die tafel der soldaten drang noch aus der küche wenige stunden zuvor saßen hier männer an den tischen die beim abendessen kameradschaftlich miteinander lachten wie die männer meines vaters und also mit handy ach so du hast kein mikrofon der handy ist echt schlecht darum war der wahrscheinlich auch so der kopf ne ich hab ihn nämlich ich hab nämlich den ton auch in dem tut ran auch los zu laufen also damit ich mich nicht empfehlen also ich empfehle dir nicht über hinten gehen also ich empfehle dir nicht über hinten gehen also ich empfehle dir nicht über hinten gehen Nein, ich hab doch... Ich hab doch geblockt, ey. Gibt's irgendwas zum Saufen hier? Oder nicht? Es gibt's doch gar nicht. Jetzt hab ich Zeitlupe angemacht. Ja, moin, ey. Ja, weil er mich nicht weggelassen hat. Ich hätte nicht dort in diesen... Hm. Hm. Ow! Ich habe einen H2-H2. Warum kann er das machen? Oh, es gibt's doch gar nicht mehr. Das war's. Ich krieg nicht genug Sand. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Helf mir! Mann, du sollst da nicht rüberklettern. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Das ist der Oberhammer. Warum muss Sand, ne? Wie schnell es geht, eigentlich. Das gibt's nicht. Es gibt's nicht. Was macht er denn schon wieder? Alter! Ich darf den nicht schlagen. Was ist denn hier da? Hm. Ich darf den nicht schlagen. Oh, zu früh losgelassen. Ich verstehe irgendwie nicht, warum ich da keine Last habe. Hat er mir die Bene weggeflankt? Ich verstehe nicht. So, war der letzte. Alter Schwede. War das Hardcore. War das krass, ne? Ja, das ist, weil bei dir immer jeder im Zimmer war. Aber wenn du mal diese Minuten alleine hast, wo du das kurz mal aufnehmen kannst, dass keiner im Raum ist oder so, dann wird man diese Mundgeräusche auch gar nicht hören. Das liegt halt daran, dass wir jetzt bei dir im Zimmer waren. Was ist das? So. Komisch, ja? Also 2.14 Uhr und wir sind fast bei dreieinhalb Stunden Streamzeit. Obwohl wir nur das Spiel gespielt haben. Irgendwas haut mit der In-Game-Time gar nicht hin, ne? Diese In-Game-Zeit, das stimmt da immer nicht. Also ich habe nicht mal Wasser, um irgendwas zu trinken. Das ist, ähm, ah doch, hier unten. Ne, mein PC macht so. Nein! Dein PC hat man, glaube ich, fast gar nicht gehört. Das ging mehr um die Nebengeräusche, weil jemand Fernsehen geguckt hat und das alles. Darum ging das. Ihr wisst, dass ich nicht so gut klettere wie ihr. Ja, ich weiß. Ich habe da gar kein Kratzen gehört. Ich finde auch, dass der Prinz hier in diesem Teil, also im ersten Teil, noch sehr verweichlich ist. Wenn man im Gegensatz zum zweiten Teil, im Gegensatz zum zweiten Teil sieht, wo er halt ein richtiger Krieger ist und alles, ne? Wo er richtig aggro ist, ist schon eine deutliche Veränderung vom Charakter her. Hier ist er doch so der kleine zarte Prinz, ne? Der keiner fliege, was zu leide tun könnte. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen oder auf der anderen Seite. Da ist eine Brücke. Ich glaube, oder hier lang, ne? Okay, das geht gar nicht. Da geht's wahrscheinlich nur runter. Hab mal die Target Zeit oder muss gucken, dass das Mühe vom PC auslösen und nur vom Headset. Das kann auch möglich sein, wenn du am Laptop natürlich bist. Der Laptop hat natürlich ein intrigiertes Mikrofon, ne? Das kann möglich sein, dass du, Jesus, dass das... Du musst halt genau schauen, ähm, wie das Mikrofon an ist, ne? Oder nicht. Ja. Das ist das hier für ein Scheiße. Ach. 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 Da muss ich so rum, das haben wir in der Vision gesehen. Mal rüber gerannt. Ich bin hier unten. Ich bin hier oben, ich bin hier unten. Hat sie nicht mit unten gesagt? Oben? Hm. Muss morgen mal gucken, alles gucken und testen. Ja genau, mach das mal. Also ich glaube, wenn so eine Geräusche drin sind, kann es auch gut sein, dass das Mikrofon vom Laptop aufnimmt. Das kann auch möglich sein. Oder dass die Beine sich sogar behindern beim Aufnehmen. Dass es da Störgeräusche gibt oder so, man weiß es alles nicht. Also man muss halt schauen, beim Aufnahmegerät bei Oda City, welches Mikrofon angeschalten ist. Also welches an ist. Aktiv an ist. Gegebenenfalls stellst du einfach vom Laptop das Mikrofon bei Sounds bei deinen Soundeinstellungen einfach aus. Und dann... Dann hast du es ja trotzdem. Ne? Hier müsste es aber eigentlich durchkommen, ne? Und die Brücke ist unten. Geschafft! Hä? Soll ich hier raus wieder? Achso! Ja Moin! Das war der falsche Weg. Ich dachte da geht es runter. Ich dachte da geht es wirklich runter. Ach darum hat sie auch... Darum hat sie auch gesagt... Darum hat sie auch gesagt... Darum hat sie auch gesagt... Dann kommst du da runter? Dann kommst du da runter? Ach das schaffst du schon. Das ist schon starke Mädels. Ah kann gut möglich sein. Also... Was? Gibt's doch gar nicht, ne? Jetzt kommen nur noch diese Typen. Was? Das gibt's doch gar nicht! Was ist denn das? Mann, den sollst du doch gar nicht anbleiben! Mann, den sollst du doch gar nicht anbleiben! Mann! Mann! Digga, du machst mich richtig fertig! Mann, das gibt's doch gar nicht! Schon wieder drinnen, ne? Mann! Mann! Doktor! udem! Mann! 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 Ich hab doch geblockt. Ja, da hat der Kumpel die Beine weggeschneckt. Hau noch ein bisschen rein da. Schieß doch mal! Schieß doch mal! Die ist so dumm hier. Die ist so dumm. Die ist so dumm. Hat ein Pfeil und Bohm, ey doch, schieß nicht mal. Ja, Prost, Martel. Prost, Martel. Was? Ja, was? 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 Hättest du mal schießen können mit einem scheiß Fall? Würde. Alter. Ach du. war war. Gut, weiter geht's. So lange dürfte es eigentlich da nicht gehen. Ja, wir machen keinen 24 Stunden Stream. Aber ich muss sagen, heute haben wir zwei neue Follower bekommen. Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? Das könnte schlimmer sein. Okay. Äh? Warum? Okay. Hm. Ich komm doch da niemals rüber. Nee, reicht doch. Da muss es einen anderen Weg geben. Nee. Ähm. Echt, ja? Ich nicht. Hm. Okay, es muss einen anderen Weg geben. Ich komm da noch nicht hoch. Was hier mit? Auch nichts. Komisch. Ich muss auch nächstes Mal etwas Werbung machen. Ich muss auch nächstes Mal etwas Werbung machen. Was meinst du mit Werbung? Also hier komm ich definitiv nicht rüber. Und ich kann das... Ich kann diesen scheiß Hebel... Der funktioniert nicht. Hm. Hm. Auch wenn eigentlich nur die meine Videos sehen. Wobei die am Discord sind. Hm. Komisch. Und wie geht das denn nicht? Okay. Ich könnte hier... Ah. Ah ne, warte. Seid ihr verletzt? Alles gut, danke. Alles gut. Aha. Aha. Sie hält an! Noch einmal! Dahle. Tschüss.